hallo welt hier ist genug zwei drei und vier mit let's play epic battle fantasy was weiß ich adventure story zeug auch mal level 6 und schauen was passiert okay klippen hallo ganz liegen aber es geht du bist tot hier gibt es abwärts eine kiste kiste 20 sp sehr schön auch schöne musik und man kann die google angreifen okay warum nicht herz geld geld baum du stirbst danke so genommen das wird der raum schätze ich mal so 6 2 ok sie sind ganz nirgendwo so rüber kiste ... mit XP... ... hup... ... so rum, okay... ... jip... ... aber auch nicht... ... stopp... ... danke... ... jip... ... da rüber... ... ja, ist mir in die Richtung... ... jip... ... na komm her... ... so... ... Ruhe... ... ich hab Angst, dass sie einstürzt... ... deswegen... ... sie stürzt ein... ... huch... ... Totenkopf-gebiet... ... 6a... ... jip... 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 ... hallo... tschüss... ... warum tötte ich die... ... ach ja, XP... ... sooo... ... 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 Ah, ich hab tatsächlich was verpasst, aber... Jup, 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 jup Aha! Erstaunen, das ist die Frage... Wiiiii... Nope! Okay, gehen wir mal wieder... Da drüber! Jup! Ah, wo bin ich da? Huch! Oh! Ist hier unten... Jup! Ah, das war doof! So... Und... Level Ausgang! Also noch nicht deinem... Es steht noch ein bisschen was... Noch ein Totenkopf, okay... 6b... Warum nicht? Ja, alles stürzt... Du stürzt natürlich nicht deine, hä? Däh! Ledermaus... Schleim... Schleim... Gedöns... Stürb! So! Jup! Ja! Hab ja ab! Sehr schön! Hehehe! So! 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 was machen wir so das jetzt ja tipp tipp jetzt haben wir nämlich auch eine Metaille die ich nicht zeigen kann weil das Spiel Antike Ruinen nächstes Level was seid ihr denn wie niedlich so der nächste Totenkopf gleich ähm auch nur nur Ase mit mir nennt so ein bisschen wusch stop so ich bin hier oben springen da drauf da drauf oh hier fällt runter okay das ist und cool und der respawn natürlich sehr schön ich wünsche mir könnte irgendwie rausfinden welche von den zerbrechen und welche nicht na gut hier würde ich das so machen so 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 mich von den Treffen äh warum könnt ihr die Platon auslösen das ist gemein tolle Musik übrigens Kiste mit einem das ist mauzi okay oh hallo du stop danke so rum jup jup hier runter kling oh was wann ist hier drüben eigentlich noch ich hab ja aha so hoch geht's okay stirb oder auch nicht ich hab ja ja bam tschüss mana heilung Ich kann nicht in den Totenkopf reingehen. Den Sprung verkackt Du bist und ist wieder da Und nope Wo ist der Ausgang? Ne Ah Hier geht's weiter Okay Hallo Kaktus Das machst du Das machst du Okay So Geh was mir hoch Das ist eine sehr wagemutige Konstruktion Muss ich mal so sagen Kann ich da draußen stehen? Ne Ähm Hoch Hoch Deck Noch rüber Vielen Dank Fraps Ach So Noch mal Jupp Jupp Küsst er Mit Heilung Höh Geh Geh Nach oben Physics Zunitzt Dann Jupp Zunitzt Zunitzt Was ist das? Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn verwische. Okay. Wolken gehen kaputt. Oder auch nicht. Oh, ein Stab. Okay. So, ständig fürs Magi-Set. Hm. So. Nächste Konstruktion, ey. Okay, nächstes Gebiet. Fehlen nur noch. Elf Münzen und zwei Kisten. Das ist das letzte Gebiet, wahrscheinlich. Da drüben ist was. Und da drüber. Hm. Nächste Kiste. Aufgenommen. Äh, Heilung. Hoch. Wie. Wie. Du kannst mir gar nichts. Haha. Stopp. Jupp. So. Was ist hier oben? Gegner. Au. Du bist durchplatziert, Kollege. Stopp. Danke. Noch fünf Münzen fehlen mir. Noch fünf Münzen fehlen mir. Noch... ...drei Münzen fehlen mir. Drei Münzen? Ach stimmt. Ich habe da einen Sprung versaut am Anfang. Miau. Da ist es. Gut. Am Ende schnell. Was macht denn der Magiestab? Minus Eingriff plus Magie. Das kannst du nicht so gedacht haben. Aber gut. Lable Heilung weiter. Lable Heilung. Lable A. Verlorene Zivilisation. Lable A. Verlorene Zivilisation. Oh! Stacheln des Todes! Warum denn auch nicht? Oh, Mana! Hier! Wir tun was? Sieht nichts aus! Gehen wir mal hier hoch... Nein, Kaktus! Au! Du bist ganz schön dreist, muss ich sagen! Nicht einfach so zu stacheln! Hallo Gegner! Tschüss Gegner! WP! Oh, Münzen! So, hier rüber! Ist auch noch mehr Zeug! Tschüss! Jipp! Wecker Heilung! Kann ich runterfallen? Ja! Voll den Gegner! Z. WP! Z. 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 Das war's für heute. Du gehst mir gerade ein bisschen weiter unten, Kollege. So. Hup. Ach, ich will da drüber. Jip. Stopp. Boing. So. Na, komm her. Die Idee von dem Gänsehnen hat ganz gut gemacht. Aber... Ja, wir sind hier schon ganz schön. So. Jip. Hörra. Dammit Jumps. Jip. HP ab. Sehr schön. Und Geld. Nommen. Abwärts. Abwärts. Oh, ne Vase. Das war ein bisschen gruselig. Und das war sehr gut gezielt. Aufwärts. Au. Oh, sowas kann ich auch machen. Okay. Jip. Hier ist der... Nächster Abschnitt, okay. Ja, wir werden irgendwie länger, habe ich das Gefühl. Was machst du denn, Kollege? Gar nichts. Sehr schön. Höh. Kaktus. Au. Geh weg. Vase mit Mana. Äh. Okay, ich sehe schon, was ich machen muss. Jip. Mehr warst du nicht. Im Ernst. Das ist ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Oh. Komm mir nicht zu nahe, Kollegen. Gut. Geld. Hoch, 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 rüber. Okay. New, Herz. Weg, wo aus. Oder doch nicht. Komm her, komm her, komm her. Horviz, was auch immer du bist. Heilung. Hier ist der nächste Abschnitt, da will ich nicht hin, weil ich ihn noch nicht gefunden habe, hier. Jip. Au. Das hat doch mit Absicht so geteilt, nicht wahr? Gib's zu. Komm her. Stopp. Ähm. Tschüss, Herzen. Aha. Ausfahren. Einfahren. Au. Ich gehe unten. Jip. Ähm. Wo? Rüber. Ist echt jetzt schon klappt, der Sprung, ey. MP ab. Warum nicht? Heilung. Perfekt verfehlt. Iiiiih. Mach mal. Weil's so schön war. Jip. Jip. Ich nehme auch hier schaden, wie ein Idiote. Nächstes Gebiet. Huch. Oing. Hm. Nch. 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 Viel Zeug. Brenner. Nch. Weitersprung ist weit. Komm her. Tue dir doch nichts. Ich töte dich nur. Jip. Ich jubel. Hm. Nch. Muss ich das Ende nochmal wegen einer Münze rein? Das kriegt mich gerade ganz schön auf. ja das war fies muss ich mal so sagen na komm so das war suboptimal komm her jipp jipp gut ok es werden immer mehr stacheln hilfe so ich hab auch ganz schön Mana gerade das ist uncool jipp jipp oder jipp die auch Nervige Regner sind nervig. Da ist das Ziel. Okay. Also gehen wir erst oben lang. Kiste. Komm. Zwei Kisten fehlen mir noch unten. Ich habe wieder irgendwo eine einzelne Münze verpasst. Da komm schon. Spiel. Okay. Es ist... ... ... ... Okay. Irgendwo was verpasst. Oh ein Herz. Huh. Hm. Na gut. Ich muss ihn noch mal reinhören später. Was macht denn der... ... 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